Sieger auf Matte 2, Bohnen Karlhein. Auf Matte 2, 1,60 kg, Groß-Elenau gegen Stoll Karlhein. Es bereiten sich vor, 1,60 kg, Löffner Karlhein gegen Negra Ludauer. Auf Matte 2, 1,60 kg, A-Jugend, Groß-Pascal-Elenau gegen Stoll Erik Karlhein. Bereit halten 60 kg, Löffner Karlhein gegen Negra Ludauer. Anschließend A-Jugend, 80 kg. Papino Braun gegen Schmerdlust, Braun. Wenn ich nicht versuche, was zu machen. Auf Bunde Karlhein gegen Witzel, Tausend. Was er mich im Training, warum er aufregt, dass er nicht mal gegen Steiglitz kommt. Allein, Sieg mal, Popo!